Hey Tina! Sauber! Wir waren Rekord! Wir waren vor der ARD! Wir sind besser! Wir waren schneller! Jetzt bin ich mit einem ARD-Experten. Sag mal, kennst du dich eigentlich aus? Manchmal ja, manchmal nein. Was heißt manchmal ja? Ja, das kommt auf die spezifischen Dinge an. Wenn du jetzt hier irgendwas über technische Details wissen willst, dann bin ich der falsche Partner. Ja gut, das kommt ja nur bis wenn man die Sportart eigentlich selber findet. So sieht's nämlich aus. Ja. Aber du stehst immer nur in der Kamera und versuchst dann das zu übertöntchen, oder? Nö, also wenn ich irgendwas nicht weiß, dann frage ich halt die, die es wissen müssen. Aber manchmal ist es auch so kompliziert, dass du es den Zuschauern auch gar nicht unbedingt auf die Nase wenden musst. Ja, das stimmt. Dann ist es sehr schwer zu erklären. Ich würde sagen, wir brauchen keinen Tagescheck. Was fahren wir heute für Disziplin? Was wäre heute für eine Disziplin? Skeleton Herren und zwei Erwerbherren. Du hast deine Hausaufgaben gemacht? Mehr kann man auch nicht überragen. Ja, da bin ich sehr stolz. Ja gut, das war ja besser. Was sagst du denn zum Wochenende? Zum Wochenende? Heute beginnt das Wochenende und ich hoffe, dass es gut wird. Das Wetter bleibt stabil. Super Wetter in Berzkaden. Also alle, die zum Wandern Skifahren geht leider nicht. Also alle, die zum Wandern kommen wollen ins Berzkadener Land und abfahren schauen wollen. Auf ins Auto habe ich gefahren. Herrlichste Landschaft. Geht alles. Super. Und wir freuen, wenn ich euch an der Bahn begrüßen darf. und wir freuen, wenn ich euch an den Einen auf den Weg in den Gern. ...con Jolie, Maxi Ligerhardt und Kevin Kruskis, ihr habt ihr hier... Es war aan de Kompferd... ...con Francesco Frievi, dat is wel een beetje last. Mach, ik kom, kom! Ha, ik kom, kom! Minimal, donast me your faith... ...en wat? ...reinbeetreste, is een platteyne... ...geel, kwam, kom! ...werbate, bakedpatern en de elbate! ...gade, goeie! ...komm! ...aar de kondLEp! ...er Francesco Frievi, passer dat volkje... ...mach gan... ...van de kondLEp! ...zureneks... ...da volkje... ...werbentführung met Francesco Frievi! Bis zum nächsten Mal.